Eure aktuelle Dunstabzugsauber ist viel zu laut und leistungsschwach und ihr sucht auch noch ein neues Modell, welches individuell an euer Küchendesign angepasst werden kann, dann seid ihr in diesem Video absolut richtig und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut alles gut und das kommt von Küche gut. In seiner guten Küche gehört natürlich auch eine gut funktionierende Dunstabzugsauber. Und heute präsentiere ich euch eine Dunstabzugsauber von Neff, welche die leistungsstärkste und gleichzeitig leisteste Dunstabzugsauber im Umluftbetrieb ist in Europa. Das Ganze natürlich zum Zeitpunkt des Videodrehs. Kann sich natürlich, wenn ihr das Video jetzt in zwei, drei Jahren anschaut, natürlich ändern. Was haben wir hier? Wir haben eine Schrägesser, das heißt eine Kopffreihaube. Wir haben schwarzes Glas, das Ganze Neff-typisch im Flex-Design. Und die Haube kann wie hier im Umluftbetrieb ohne Schacht montiert werden oder im Abluftbetrieb mit Schacht, wo natürlich dann der Abluftkanal versteckt werden kann. Was haben wir hier? Wir haben eine Touchbedienung, ganz klar, auf dem Glas. Wir haben die Leistungsstufen. Hier insgesamt drei Normalleistungsstufen und zwei Intensivstufen. Und wir haben ja gesprochen, das ist die leistungsstärkste Schrägesser im Umluftbetrieb, die es aktuell in Europa zu kaufen gibt. Und in Leistungsstufe 5 schafft diese Haube bis zu 1.007 Kubikmeter in der Stunde. Dann haben wir noch die Autofunktion, da kommen wir noch später dazu. Und natürlich auch, darauf natürlich nicht fehlen, die Beleuchtung der Haube. Eine LED-Beleuchtung hier im Warmweißbereich und leuchtet, wie man sieht, das Kochfeld auch sehr gut aus. Die Haube läuft parallel. Wir hören schon, dass die Geräuschentwicklung sehr, sehr gering ist, obwohl wir schon auf Leistungsstufe 2 sind. Also wer gerade eine offene Küche hat oder eine offene Küche plant mit einem klassischen Kochfeld, einer Haube oben drüber, ist das wirklich eine absolute Empfehlung. Weil, ja, den Partner, die Kinder, die gerade am Fernsehen gucken sind oder ihre Hautaufgaben machen oder am PC arbeiten, werden durch das Kochgeräusch und beziehungsweise durch das Geräusch der Haube nicht gestört. Was haben wir an der Bedienung hier noch? Ja, natürlich als erstes das Symbol, was jetzt noch nicht leuchtet, was man in der Kamera auch nicht sehen muss, ist die Sättigungsanzeige für den Filter, die Power-Taste ganz klar. Dann haben wir die Verbindung zur Home-Connect-App, eine Favoriten-Taste. Es können bis zu zwei Favoriten oder favorisierte Einstellungen abgespeichert werden. Die Leistungsstufen, die Automatikfunktion, das heißt, wir haben einen automatischen Luftsensor. Die Haube passt sich demzufolge an, ja, die Gerüche an und regelt selbstständig die Leistungsstufen. Und die Lampe ist nicht nur zum Ein- und Ausschalten des Lichtes da, sondern wenn ich die Lampe gedrückt halte, kann ich natürlich das Licht dimmen, also quasi die Lichtstärke individuell einstellen. Apropos individuell einstellen der Haube, das geht natürlich über die Home-Connect-App. Da habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, die Haube nochmal auf eure Bedürfnisse zu individualisieren. Über die Home-Connect-App könnt ihr natürlich, weil wir gerade beim Licht waren, auch die Farbtemperatur des Lichtes einstellen, passend zu dem Licht eurer Küche. Dann, haben wir ja schon angesprochen, über die Favoritenfunktion könnt ihr natürlich die zwei Favoriten in der App komplett auf euch individualisieren, abspeichern. Dann habt ihr die Möglichkeit, den automatischen Lüftungssensor an eure Kochgewohnheiten anzupassen. Dann könnt ihr ja verschiedene Filter hier einsetzen. Auch hier könnt ihr über die Home-Connect-App die Filter definieren, welche in der Haube eingesetzt sind. Und darüber ergibt sich dann halt auch die Sättigungsanzeige. Also somit bekommt ihr auch keine falschen Werte. Ja, dann könnt ihr auch die Kochfeld-basierte Haufensteuerung einstellen. Also wenn ihr das passende Kochfeld dazu habt, könnt ihr über das Kochfeld dann halt auch die Haube ansteuern. Also müsst ihr nicht mehr nach oben greifen, sondern könnt das direkt über das Kochfeld tun. Dann habt ihr die Möglichkeit, den Lüfternachlauf zu bestimmen. Das ist auch wieder abhängig von eurem Kochverhalten. Wenn ihr zu Hause eine Alexa habt, dann könnt ihr auch einstellen, dass ihr die Haube per Sprache steuert. Und auch ein ganz interessanter Aspekt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn mit der Haube mal was ist, dass ihr hier eine Ferndiagnose anfordern könnt. Das Ganze dann halt auch über die Home-Connect-App. Ja, und wenn wir schon einmal beim Individualisieren sind, hier jetzt natürlich über die Software, haben wir auch die Möglichkeit, die Haube an sich zu individualisieren. Wie machen wir das? Ganz einfach. Machen wir es erstmal hier aber aus. Wir öffnen die Haube und jetzt sehen wir, warum die Haube so leise ist. Also ein Geheimnis der Lautstärke ist nämlich, dass hier keine scharfen Kanten verbaut wurden im Baubenkirmer, sondern dass hier alles abgerundet ist und somit der Luftstrom viel besser und natürlich viel leiser fließen kann. Denn der Hauptbestandteil oder der Hauptgrund der Lautstärke ist ja immer die Luftbewegung. Ja, und das sehen wir noch nicht viel individualisiert. Wir haben hier unsere Metallfettfilter. Zwei Stück. Und der dritte verbirgt sich hier im unteren Bereich. Die Metallfettfilter können bei Bedarf dann auch zum Beispiel in der Spülmaschine gereinigt werden. Und ja, jetzt kommen wir zum Punkt der Individualisierung. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, im Umluftbetrieb hier zwei Varianten von Aktivkohlefiltern zu verwenden. Wir haben einmal die ganz klassische Variante mit der speziellen Beschichtung der Fischgeruchssättigung. Der sollte dann in der Regel einmal im Jahr getauscht werden. Und zum anderen sehen wir hier, dass einfach zum Zeigen der regenerierbare Filter eingesetzt wurde. Und der regenerierbare Filter hält circa zehn Jahre und kann bei Bedarf im Backofen ausgebrannt werden. Aber das ist noch nicht das komplette Individualisierungsprogramm dieser Haube. Denn wenn wir jetzt einfach mal schauen, haben wir ja hier in der Deko jetzt sehr viel Kupfer. Und unsere Haube ist einfach, ich sag jetzt mal, langweilig schwarz. Was können wir tun? Die Haube gehört natürlich mit zum Flex-Design bei Neff. Und hier können wir jetzt ganz einfach die Seitenteile austauschen. Und wie machen wir das? Wir müssen ja zum einen nehmen wir die Seitenteile ab. Ganz einfach, dazu brauchen wir kein Werkzeug. Ich lege die mal hier beiseite. Und ja, dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, entsprechend die Teile zurückzunehmen. Und dann kommt der hier rüber. Jetzt müssen wir natürlich die Punkte finden. Noch ein bisschen schummeln. Gucken. Erste Leiste ist platziert. Denn wir haben hier die Möglichkeit, unser gebürstetes Bronze-Design mit anzubauen. So, zack. Und schon ist die Haube an der Stelle umgebaut. Ja, jetzt haben wir aber die Haube umgebaut. Und jetzt haben wir immer noch ein, ja, schwarzes Kochfeld. Auch hier können wir das Kochfeld natürlich im Flex-Design anpassen. Auch hier ganz einfach, ohne Werkzeug, die Dekorleisten abgenommen. Und gegen die passenden Dekorleisten ersetzt. Das Ganze magnetisch, also auch hier ohne Werkzeug. Und wenn wir jetzt noch die Fettfilter wieder einsetzen, haben wir ein komplett neues Design. Eine individualisierte Haube. Und das Ganze angepasst an unsere Dekoration im Raum oder unsere Farbgestaltung im Raum. Ja, jetzt dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, welches Design ist denn euer Favorit. Gebürstetes Bronze, tiefschwarz oder doch eher Anthrazit Grau oder Silber Metallic. Weil das sind alles Farben, die ihr zur Möglichkeit habt, die euch Neff hier in der Flex-Collection anbietet. Und das Ganze habt ihr ja schon in dem einen oder anderen Video gesehen. Nicht nur für Haube und Kochfeld, sondern auch für Backöfen, Kompaktgeräte. Also hier könnt ihr wirklich eure Küche individualisieren. Ja, und diese und viele andere interessante Geräte-Videos findet ihr über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann Küchen-Logo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert. Ciao, tschüss, euer Robert.